Willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Mionentor. Ich speichere direkt, weil ich habe das Game jetzt bisher angelassen. Ja, dadurch werde ich viel mehr Spielzeit haben, aber ist jetzt auch erstmal egal. Ja, ich habe das Eiwe so rumstehen lassen. Da wird sich auf jeden Fall was tun nach dem Kampf. Das genau wird in unserer Herausforderung sein. Ja, nach diesem Kampf kommen wir in die erste Klasse. Kämpfst gegen die Stahl, Brüder. So ist das, du trittst zum ersten Mal gegen einen Erstligisten an. Okay, eine Partnerfähigkeit. Ja, jetzt gerne halt. Spillt schon, oder? Bauen wir deinen Kampf wieder gar nicht. Let's go! Kommen wir nun zum Hauptevent dieses Abends. Bombaluigi, derzeit aufgang 11, versucht erbittert in die Erstliga aufzusteigen. Hier nun seine Chance, die aufgang 10 platzierten Stahl, Brüder. Grüßen wir nun den bärtigen Barbaren Bombaluigi. Bombaluigi, wo ist deine heutige Kondition? Du kannst mich mal am Arsch. Okay, okay, der Motivation scheint, äh, fehlt es ihm scheinbar nicht. Ah ah. Sieht ziemlich bedrohlich aus, so ist es. Ich zitiere, der Kerl ist für uns nur ein kleiner Fisch, ein Wurm, Plankton oder ein Pantoffeltierchen, äh, wie du solltest zuhause bei seinen Videos spielen bleiben. Und du sprachst einer Gnomen, Wurzelswerk, Staubkorn und so weiter und so fort. Du, du wirst es nicht nochmal wagen, uns so auszufordern. Bis demnächst bald machen wir Hackfleisch mit Püree. Okay. Hörst du? Letztes Schillchen hat geschlagene Hochstabler. Hast du kapiert? Na gut, du weißt noch früh genug, dass du uns so ausgefordert hast. Diese stahlharten Körper mit den alles durchdringenden Stacheln sind unbesiegbar. Kannst machen, was du willst, das wird alles umsonst sein. Stell die Sonne nochmal an, vielleicht siehst du sie das letzte Mal. Ja. Let's fight. Geile Musik. Das ist jetzt wieder die normale, oder? Wir müssen gewinnen, das sichert uns unseren Platz im ersten Liga. Wir müssen alles geben. Ja, keine Chance. Wir werden schon sehen, wer der Chef im Ring ist. Eine Partnerfähigkeit. Ja, Scanner. Haben wir damit direkt beide. Das ist ein Stahlkirk. Sieht so aus, als hätten wir beide. Maximal KP 6, Angriff 4, Verteidigung. Verteidigung unbekannt? Was soll das? Hier steht viele Attacken wirken überhaupt nicht. Nichts ist so hart wie ein Stahlkirk und Attacken verpuffen einfach. Sollten wir die beiden wohl gegeneinander stoßen? Fliegen wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, den anderen müssen wir auch noch scannen, okay. Es wirkt nicht. Bei was? Es ist Nebel auf unserer Seite. Ich glaube, die verfehlen eher. Ich glaube, ich habe gerade gekontert. Nee. Okay, es ging einfach daneben. Das Spiel ist anscheinend auf unserer Seite. Allerdings können wir hier nicht viel machen. Ich glaube, wir müssen fliehen. Das ist ein Stahlkirk. Mit grünen Schuhen. Vermutlich der kleine Bruder. Maximal KP 6, Angriff 4, Verteidigung. Wieder unbekannt. Hm. Sehr gut. Ich komme schon noch zurück. Wir haben ein Ergebnis. Sieg für die Stahl, Brüder. Hast du jetzt kapiert, dass du uns nicht gewachsen bist? Wir stehen ja gerne Zeit zur Verfügung. Und erinnerst du kämpfen, bevor du wiederkommst. Was? Bitte deine Gage. Wow. Ich glaube, es war Frank-Elfer, den Kampf verloren hast. Ich lasse dich jetzt allein, also man sieht sich. Hm. Oh, was ist denn eigentlich dieses Ei hin? Ich kann es nirgendwo mehr entdecken. Hey, Leute! Okay. Oh, wir haben den Roten. Okay, damit bin ich fein. Na, ist alles eine Bomber. Bei dich wäre ich nie heil aus diesem Ei rausgekommen. Danke, Kumpel. Echt danke. Es gibt zum Beispiel jetzt noch Pink, Schwarz, Orange, Grün, Weiß, Blau. Jetzt müsste es sieben Baby-Yoshis geben, dann hatte ich alle aufgezählt. Aber der Rot halt noch. Na, ist klar. Äh, ich bin fein mit dem Roten. Ich weiß von dem Kollegen, der hat den Grünen. Bei David weiß ich gar nicht, was er bekommen hat. Aber Hauptsache nicht Pink. Weißt du, du bist aus diesem Ei geschlüpft? So eine Überraschung. Die Details interessieren jetzt nicht. Richtig ist doch, er wollte also Champion werden und das Stern-Juwel bekommen. Richtig? Weil du mich gerettet hast, helfe ich dir beim Kampf. Ich verschringe sozusagen jeden Gegner. Mach dir also keine Sorgen mehr. Weißt du, wie ich heiße? Achso, naja, ich bin gerade erst geschlüpft. Und darfst du mir also einen Namen geben. Aber einen coolen, klar? Oh, wie nennen wir ihn? Ich habe mir da noch gar keine Gedanken gemacht. Ah, komm. Wir nennen ihn Bomber Junior, komm. Ja. Bomber Junior? Klingt ganz passabel. Kein schlechter Geschmack. Der Name ist in Ordnung. Also Bomber, wir werden uns bestimmt super verstehen. Ich hätte ihn auch Wrestler nennen können wegen Arena-Sonne. Egal. Der Mini-Yoshi Bomber Junior gehört jetzt zum Team. Das ist so ein cooler Partner. Der ist übrigens auch ziemlich stark. Mini-Yoshi hat folgende Fähigkeiten. X kannst du auf ihn reiten. Wenn du auf den Mini-Yoshi reitest, bist du schneller als sonst. Mit Hilfe von A kannst du ihn steuern. Beim linken Stick halt. Wenn du springst und A gedrückt hältst, kannst du kurze Zeit fliegen und so auch Abgründe überwinden. Wenn du vom Mini-Yoshi absteigen möchtest, drücke X. Damit endet diese Einführung. Ja, kriege ich hin. Der Kampf greift den Gegner mit Stampfattacke an und springt mehrmals auf ihn. Und mit Saugmatz verschlingt er einen Gegner und spuckt ihn gegen andere Gegner. Das ist so stark. Also, zusammen mit ihm werden wir das schon schaffen. Ja. Wenigstens eine Partnerfähigkeit, das erledigt sich von selbst. Kurz ausruhen. So. Damit die WP auch ready sind. Wollen wir deinen Kampf beginnen? Folge mir. By the way, ich glaube nicht. Wahrscheinlich wird nicht mal eine Sternenfähigkeit den Schaden machen. Also, an der Stelle. Was sind das bitte für Viecher? Sternenattacken. Das machen denen nichts. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawall-Klempner, Bomber Luigi und die Unverwüstigten, die Stahlbrüder. Also los, bist du bereit? In unserem Sternkörper hast du keine Chance. Let's fight! So. Diesmal haben wir allerdings Bomber Junior. Bomber, diesmal machen wir sie platt. Ja, was für Trottel. Uns nochmal herauszufordern. Das Baby habt ihr nicht die geringste Chance. Dieses Baby kann mehr als du denkst. Was? Saugmatz! Haltet ZR gedrückt, bis es aufleuchtet. Passt. Autsch. Ihr könnt doch unseren Staffel nicht einfach gegen uns einsetzen. Die haben unsere Schwachstelle entdeckt. Jetzt können wir nichts machen. Cool. Äh, Verteidigung. Kontert. Let's go! Doppelter Konter. Baby hat ja leider nur 10 Leben. Das ist, äh... Nun ja. Ziemlich beschissen an ihm, aber... Ihr seht, er ist schon ziemlich stark. Vier Schaden auf zwei Gegnern. Er macht nochmal vier Schaden, wenn man jetzt hier, äh... Seine normale Attacke, glaube ich, einsetzt. Man kann das allerdings noch upgraden. Und, äh... Er macht eigentlich mit jedem Angriff einen Schaden dann weniger. Das heißt aber, auf dem aktuellen Punkt macht er viermal einmal Schaden. Wenn man ihn... Wenn man ihn upgradet, dann macht er zwei 1, 1, 1 Schaden. Das heißt dann fünf. Wenn er ihn allerdings nochmal upgradet, dann macht er drei 2, 1, 1 Schaden. Das heißt, er macht dann zwei Schaden mehr. Kommt am Ende auf... Vier... Sieben Schaden hinaus. Das ist schon ziemlich geil. Ja. Zurück in die zweite Liga. Ist ja zum Heulen. Einen Glückwunsch, Bomba. Das bedeutet erste Liga. Und was für ein fantastischer Kampf. Eine einzigartige Leistung. Können uns wohl noch auf viele aufregende Kämpfe freuen. Und Bomba ist in der ersten Liga. Bravo. Applaus für Bomba Luigi. Geil. Der Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Also gut, Bomba. Heclobon werde ich sehen. Komm einfach mir nach. Geil. Der Camp wird langsam ziemlich dunkel. Scheiße. Die Stromregnung wird immer höher. Ja, ich bin ja eh Millionär. Von dem her juckt mich eigentlich gar nicht. Heclobon, hier ist Bomba. Und Skorak hat sich anklopfen, wo du reinplatzt. Verzeihung. Oh gut, also was gibt es. Ach so, Bomba, alles klar. Na Bomba, was für ein Triumph. Du hast ja rasend schnell in die erste Liga geschafft. Na ja, ich hab'n gespürt bei Männern mit Format. Ich erwarte von nun an noch spannendere und dynamischere Kämpfe von dir. Und dies ist mein ganz persönliches Geschenk für dich. Bitte. Boah, zum Glück gibt er uns jetzt keinen Kuss. Nach Erona und Nagerin reicht es, denke ich auch mal. 30 Münzen. Übrigens, was mir schon die ganze Zeit auffällt, dein Outfit ist etwas dürftig. Okay, sobald du Champion bist, spendier ich dir etwas Neues. Hey, das Hübsches mit rosa Rüschchen. Das steht dir bestimmt. Das kommt später für heute genug. Du darfst jetzt in die neue Garderobe. So, bitte folge mir. Okay. Und dann schreibt es, by the way, ein Sternenspieler, aber da kommen wir noch nicht hin. So. Hier gibt es safe auch irgendwo ein Sternenspieler, richtig? Hier ist die Garderobe der ersten Liga. Du darfst diesen Raum jetzt benutzen. Und das funktioniert genau wie in der zweiten Liga. Nur die Kämpfe sind viel härter als bisher. Passe so gut auf dich auf. Ich verabschiede mich vorerst. Also bis dann. Okay. Okay. Ja, das ist eigentlich nicht gerade eine freundliche Berührung. Ey, Kämpfer. Ich hab gehört, es gibt jemanden, der rasant die Karriereleiter hochklettert. Was? Du Milchblatt bist also dieser Bomber. Als hätte ich mir den Weg hier auch sparen können. Was ist das für ein Bomber? Was? Der Meistergurt? Was steifst du mich denn so schamlos an? Keine Ahnung, aber... Vielleicht ist dieses Stern hier wieder wirklich nur ein bittiger Klunker. Was soll das? Was denkst du, der Meistergurt ist gefälscht? Was denkst du eigentlich, wer du bist, Grünschnabel? Sorry, aber der Gurt ist sicher keine Fälschung. Das Problem ist... Wollt ihr mich einfach zum Narren halten? Wir sind hier nicht im Ring. Wenn wir uns da begegnen, mache ich euch platt. Macht euch darauf gepasst. Oh man, ich glaub der ist ziemlich sauer. Wenn die magische Karte auf die Arena von Falkenheim verwiesen hat. Der Steine Meistergurt, aber nicht das Sternjuwel ist. Könnte dann das Echte nur sein. Ich hab übrigens keine Ahnung mehr, woher diese Musik kommt. Ist das wieder Mario World oder so? Ich hab grad keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt's ne Meere. Oh man, da ist ne Main gekommen. Aber von wem wohl? Willst du das Sternjuwel? Dann folge meinen Anweisungen. X. X werde lassen sein, denn tut so, als wüsste er, wo das Sternjuwel ist. Sollte er uns das auch verrät? Irgendwie seltsam. Bamba, du sollst versuchen den Meistergurt zu holen, auch wenn das echte Sternjuwel gar nicht dran ist. Nur so können wir herausfinden, was hier in der Arena von Falkenheim wirklich abgeht. Eishau. Beim anderen war nur ein Schwierber. Ja geil. Nur so ein Upgrade. Kraftpunsch. Wie kann man noch kacken gehen? Besetzt! Das wird dann wohl Justin sein. Ach man, Alter. Als irgendwann mal irgendwer, wieso auch immer, mit Justin zusammenleben sollte, besorgt euch ne Wohnung, die, äh, oder, äh, bringt als Thema eine Wohnung mit zwei Toiletten. Dann kann er eine haben und die restlichen acht Mitbewohner teilen sich die andere. Den bekommt man nicht so leicht vom Plot. Ja, äh, würde ganz gerne den nächsten Kampf machen. Wir fangen noch in der Pickelkäfer. Höchstens 20 Punkte Schaden. Das packen wir. Allerdings muss ich den noch scannen, das wirst dann du sein. Also. Ich kann jetzt sagen, jetzt werde ich der Champion sein. Ich werde zur Legende genau wie der äh, äh, frühere Champ, Dark Toadster. Okay. Was genau ist mit dem passiert? Wurde er von Aurelius besiegt? Es hat sich dann vielleicht zurückgezogen. Es hat sich dann vielleicht zurückgezogen. Ja, das packen wir schon. So viel Schaden werden die auch nicht machen, oder? Er ist ein roter Pickel-Käfer, besonders stark ist seine Verteidigung. Maximal KP 4, Angeskraft 3, Verteidigung 4. Hm, meine Hartinus. Der ist auch noch immun gegen Feuerattacken und Explosionen. Von den Umdrehen sinkt seine Verteidigung allerdings auch null. Wenn nur diese Stache nicht wehren, kann man denn da gar nichts machen? Doch, ich denke, wir könnten ihn mit dem Erddemo umdrehen. Ja, stecken sie mit dem Stachel im Boden drin. Okay, äh... By the way, das ist nicht mal ein negativer Effekt, den Combiner hier hat. Das ist tatsächlich ein positiver. Ja, er weicht schon wieder ein bisschen zu sehr im Pokémon drin, ne? Aber, dass sie hier paralysiert wurde, ist tatsächlich eine gute Sache. Weil das bedeutet, dass direkte Angriffe, glaube ich, einen Schaden zurückgeben. Irgendwie sowas. Wie das selber hauen halt, ne? Und der Gewinner ist Bombaluigi. So geht das. Bitte, deine Garage, exakt 15 Münzen. So, Rang 9 inzwischen. Lass dich jetzt da rein. Ja, weiter geht's. Kämpfen uns nach oben. Bachelsteine. Drei Runden lang nicht angreifen. Willst du mich verarschen? Wie soll ich denn das machen? Ich muss verteidigen. Drei Runden lang. Ja, Gummbrina kannst du mir das noch scannen, dass es wahrscheinlich sinnvoll sein wird. Warte mal. Kennen wir schon, oder? Kondeln und Wappen. Die Stachelsteine. Oder sind die jetzt... Die sind mehr lila, richtig? Ich glaube, die anderen waren eher grau. Ne, ich glaube, das sind andere Gegner. Ne, die haben wir tatsächlich schon gesehen. Okay, dann gehe ich auf eine Verteidigung. Hier wechsel ich auf Pupio. Wohl Bomber, Juniors, wäre jetzt auch nicht so schlecht. Egal, komm. Okay. Ey, nehm ich gern mit. Mal verteidigen. Mal verteidigen. Ich war jetzt kurz im Bewegen zu kontern, aber das würde ich Ihnen dann auch Schaden machen. Das würde wahrscheinlich nicht zählen. Einmal noch. Einmal noch. Passt. Okay, dann erledige sie. Ich weiß, wir hätten es auch mit dem Erdbeer den Sparsamer machen können. Aber jetzt waren wir uns nicht bewusst. Wieso gucken wir eigentlich nur Pusionen zu? Naja. Wer jetzt ehrlich gesagt hat, erwartet, dass hier Bumbad Junior nicht fressen kann, aber anscheinend nicht. Okay. Ich dachte, aus der Entfernung Schlecken müsste gehen. Hab ich mich geändert. Der Gewinner ist Bumbad Luigi. Hm, selbst schuld. Boah, Junge. Boah, Junge. Kacklicht. 16 Münzen, ja geil. Wir werden reich. Fang 8 schon. Haben wir schon wieder eine Mail, dass wieder diese X ist. Geh in die Bar vor der Arena. X. Ja, von X in die Bar sollen wir gehen. Vergessen nur, wer diese X wohl sein mag. Das werden wir wohl mit der Zeit herausfinden müssen. Ja, wir haben es inzwischen auch auf ein Plakat geschafft. Sehr schön. Hier oben ist wahrscheinlich nur Aurelius. Ja. Warum springt der so langsam? Okay. Geh in die Bar. Geh in die Bar. Du? Ja. Oh, hallo Bomber. Ich hab dich erwartet. Weißt du, gerade eben lag dieses Ding mit einem Brief vor meiner Bar. Im Brief stand, ich soll dir das überreichen, wenn du kommst. Bitteschön. Der Superhammer. Okay. Let's go. Super, das hast du toll gemacht. Hast du schon im Griff? Ja, ich bin perfekt. Das klingt ein bisschen arrogant, aber ey. Sehr gut, du beherrschst jetzt den Wirbelschlag. Das ist perfekt. Im Wirbelschlag kannst du auch diese großen Glöcke zerstören. Mhm. Natürlich kannst du den Wirbelschlag auch im Kampf benutzen. Also dann bis bald. Viel Glück bei deinen Abenteuern. Danke. Damit macht der Hammer jetzt auch ein bisschen mehr Schaden. Das sieht ja aus wie der Hyperhammer 2004. Das neueste Hammermodell. Ein wahres Prachtstück. Schau dir nur diesen eleganten Griff an. Dann sagt dieser Hammer sucht sich seinen Besitzer selbst aus. Stimmt ein Geschenk von einem begeisterten Fan. Aber warum hat er es nur in der Bar abgegeben? Soll ich einen Fan von dir ist, hätte er dir doch direkt geben können. Haben wir ja schon wieder eine Mail. Zerstöre den Block in der Garderobe. In der Garderobe? Die Block zerstöre? Was es da wohl gibt? Na ja, hätte uns ein Geschenk gemacht. Wir sollten weiter seinen Anforderungen folgen. Ja, das war doch in der zweiten Liga. Da habe ich in die zweite Liga einfach rein. Hallo Bomber. Gerade habe ich die Nachricht erhalten, dass du in der zweiten Liga bist. Ja, dann geh durch. Bist du wieder in der zweiten Liga? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ist es Clubon X? Hm, Bomber, was machst du denn hier? Also, den Block, die sollen wir entfernen. Papiere, Papiere mit Notizen. Sie scheinen sehr wichtig zu sein. Bomber, da ist ein Bericht über das Sternjuwel. Jemand hat das wissenschaftlich untersucht. Da ist sogar ein Foto. Das ist sogar ein Sternjuwel. Aber es müsste hier irgendwo zu finden sein. Aber wer hat das hier? Sehr verdächtig. Hey, jeder, was habt ihr da zu suchen? Das ist die Garderobe der zweiten Liga. Kämpfer an der ersten Liga ist der Zug mit Verboten. Zumal habt ihr einen Block an der Wand zerstört. Was hat das zu bedeuten? Was du da gefunden hast, das werde ich an mich nehmen. Okay. Was ist denn los mit der? Dieser Bericht hätte uns bestimmt weitergeholfen. Das ist jetzt klar, dass das Sternjuwivich hier in der Arena ist. Es kann sein, dass wir mit dem Hammer jetzt auch schon Bodenplatten aufdecken können. Aber da weiß ich aktuell noch nicht so viel. Das ist egal, wo der zweiten Liga befugt mir ist der Zug gerade eben, hast du mich noch durchgelassen. Egal, machen wir noch einen Kampf zum Schluss. So, wer ist denn der Rang ist jetzt nächstes dran? Schattengang. Das werden nur Pupers sein. Die können wir mit dem Yoshi machen. So, hallo Bomber. Schattengang. Partner nicht wechseln. Ich werde mit Bomber Junior drin bleiben. Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir. Ich hab da vorhin gar nicht drauf geachtet. Also. Oh oh. Gegner im vorigen Kampf sind der Krawallkleppner, Bomber, Luigi und die Unaufheitsamen, die Schattengang. Bomber und ich, wir sind unschlagbar. Bomber, wir machen dich fertig. Let's fight. Ja, die sind ziemlich stark. Aber egal. Die kümmern wir uns schon. Also. Täusche mich nicht. Gibt's halt eher so oft wie möglich. Ja. Ich glaube, früher nachdem man gespammt hat, kann man auch nochmal ein Kuhkommando machen. Konter. Konter. Geil. Oh, ich hab den gar nicht gesca... Es wird ein Gegner sein, den ich nachholen werde irgendwann. Ich guck mal, was der Power sprung kann. Okay. Ach, komm schon. Obwohl wir haben den Effekt gar nicht bekommen, von dem er passt. Ja, hier geht's auch nochmal. Dann nach dem Landen irgendwie. Geil. Ja, der Konter passt gerade irgendwie gut. So, erledige ihn, Bomber. Das tut's mal immer's quatschen für die Arena. Macht aber auch gute Arbeit. Ja, blöd gelaufen wegen dem Scannen. Na, na. Äh, ich dachte, wir hätten den Para schon. Der Gewinner ist... Bomber Luigi. Hm, selbstschuld. Bomber. Ey, was soll das? Die Stahlbruder platzen einfach hier rein. Also, damals ganz schön fertig gemacht. Das zahlen wir dir ein. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Also, let's go. Was? Komm schon. Lass mich doch den Bart bellen. Na, hallo. Erwächstes diesmal nicht unter irgendwelchen, äh, Voraussetzungen. Ich brauch acht BB. Die werde ich hier nicht hinbekommen. Nein, BB. Ja, cool. Egal, fünf. Kann ich ja in der nächsten Runde nochmal machen. Ja, ihr wolltet den Kampf so. Pech gehabt. Drei Schaden. Unter? Nö. Ach, hab ich Ausweich ja gar nicht mehr. Egal, wenn schon passt. Sperren-Fett. Das wäre mal einfach, weil die beiden Giftpins, die normal spawnen, sind ja zu beide da gewesen. Ich glaube, ich habe gerade alles mitgenommen, was geht. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir bekommen das Level-Up-Totten sogar noch. Ja, gerade mal auf Rang 8, ne? Ja, die beiden sind mit. Boah, hat schon wieder verloren. Ja, das ist unser Bomber Luigi. Radioser Sieg über die Stahlbruder in einem Kampf ohne Regeln. Du bist unschlagbar, Bomber. Und wir warten mit Spannung deinen nächsten Kampf. Damit endet unsere heutige Vorstellung. Also bis bald in der Arena. Ja, das wäre nicht da rauskommt. Lieber Gumbrina vorne haben. Bitte deine Gage. Na gut, David. Ich hoffe, wir bekommen nicht direkt wieder eine Nachricht. Aber das müsste ich dann aufs nächste Mal verschieben. Hey Bomber, schon wieder eine Mail. Langsam wird es spannend. Bis mal beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und ciao.